hallo meine lieben und recht herzlich willkommen zu diesem neuen video mein name ist paula und heute tue ich etwas das ich schon sehr lange nicht mehr getan habe ich packe ein päckchen mit euch zusammen aus ich habe bei rebuy mal wieder bestellt und ich habe schon sehr sehr lange nicht mehr bei rebuy bestellt tatsächlich so lange dass ich nicht mehr gemerkt habe dass die neues logo haben was ich persönlich nicht so gut finde weil dieses rebuy dieses blau grüne was man kannte war markant man hat es gekannt es war gut und jetzt haben sie ein total nichts sagen das logo in schwarz weiß ja ich als cover logo opfer denke mir nee das war jetzt rückschrittlich rückschrittlich aber gut ich bin ja nicht besitzer oder chef von rebuy mir soll es egal sein aber so lange habe ich eben schon nicht mehr bei rebuy bestellt und deswegen habe ich mir gedacht jetzt wird es mal wieder zeit und obwohl ich meinen sub minimieren wollte ist bei mir der frühling jetzt schon wieder ich war einfach in geld ausgeblaune sagen wir es mal so ich habe nicht nur bücher bestellt ich habe ja auch hier noch was für anziehen da noch ein paar schuhe und hier noch was fürs pferd und da noch was für mich ja in den heutigen zeiten wo man nur leid hört und sieht ich mir gedacht mich persönlich macht geld ausgeben glücklich dann gucken wir doch mal was wir hier haben ich weiß schon nicht nicht mehr ich habe drauf und drauf und drauf ach ja oh das ist sehr schön dass es wieder so hübsch ist sehr schön ich habe nämlich bestellt wieder offline ist es nass wenn es regnet wer das second chance buch video angeguckt hat ich verlinke es euch mal der weiß dass ich netti ein buch aus meinem regal aussuchen musste das mir sehr gut gefallen hat und das war dieses gute stück hier und da das eins meiner liebsten bücher mit ist und ein schönes cover hat musste ich das natürlich wieder haben ich hatte wirklich ein bisschen angst weil ich habe es mir gebraucht gekauft aber es ist ungelegen also entweder man hat es sehr vorsichtig gelesen oder es ist wirklich ungelesen und da bin ich sehr froh drum hierbei geht es nämlich um ja so eine art selbstfindungs buch die gute marie ist eigentlich eine influenza sehr erfolgreich auch aber nichts in ihrem leben ist real alles gestellt selbst das essen das sie postet dass sie ist das ist sie nicht wirklich seid einen instagram freund mit dem sie sich immer ablichten lässt nichts an ihrem leben ist wirklich echt und an ihrem 18 geburtstag ist vor ihrer haustür ein rucksack mit all möglichen wanderzubehör denn ihre cousine die leider verstorben ist hat er eigentlich geplant sie mitzunehmen weil sie selbst sehr viel gewandert ist und hiking tours gemacht hat und wirklich sehr viel unterwegs war und sie aber einen tödlichen unfall hatte und da jetzt natürlich das nicht machen kann und ihre mutter also maris tante beschließt sie soll es doch bekommen was sie dann damit macht ist ihre sache und marie begibt sich eben auf diese reise die ihre cousine für sie geplant hat und das ist deswegen so schön weil sie uns auch mitnimmt und auch ihre gefühle dahingehend zeigt was das influenza sein mit ihr gemacht hat und man hat immer wieder auch so hübsche hand lettering tagebuch auszüge von der cousine da mit drin und das musste ich mir natürlich unbedingt wieder nachbestellen denn ich habe meine version ja annetti weitergegeben dann hallo endlich habe ich es bekommen becoming elektra von christian handel ich habe ich war ja ein sehr großer fan von oder bin immer noch ein sehr großer fan von becoming elektra ich hatte es aber immer nur am kindle gelesen und das zweite buch i am elektra habe ich mir vorbestellt gehabt damals und signiert von herr handel und jetzt will ich das aber in meinem regal stehen haben denn ich finde die beiden bücher eines auch der tollsten mit die ich habe hierbei geht es nämlich um elektra aber eigentlich um wie heißt denn jasmin wie heißt denn die gute ich und namen isabel nicht jasmin isabel und kelsey isabel lebt in einer anstalt wir befinden uns hier in einer in der zukunft und isabel und kelsey sind bei also die zwillinge sind die klone von elektra hamilton und elektras familie ist sehr reich und ist auch mit gründer mit erfinder dieser ganzen klongeschichte denn in der zukunft darf man sich klone halten um falls mal was sein sollte eine art ersatzteillager zu haben und isabel wird eines tages ins büro der direktorin beordert und wird naja nicht gebeten aber ihr wird nahe gelegt sie solle der elektras platz übernehmen denn elektra ist bei einem reitunfall ums leben gekommen und das soll jetzt keiner rausfinden und jetzt ist isabel dran und das hat mir damals unheimlich gut gefallen diese welt die christian handel da erschaffen hat sehr toll der schreibstil von christian ist mega toll und wie gesagt diese ideen die er hatte kontaktlinsen die einem zeigen wen man gegenüber hat das habe ich auch gesagt wenn jemand sowas erfindet gebt mir bescheid ich lasse das patentieren ich kenne da menschen ich generell ideen mit projektoren die eine ganz eigene welt erschaffen wenn man essen geht oder wenn man auch klettern geht oder generell freizeitaktivitäten wunderbar und das war eigentlich ein einzelband und das ende ist abgeschlossen ist alles gut aber wenn man viel fantasie hat ist es so ausgelegt die letzten zwei seiten dass da eventuell noch was kommen könnte und christian hat selbst gesagt damals eigentlich nicht aber man weiß ja nicht und gebittelt und gebettelt habe ich und dann kam die zahl 2 raus und jetzt habe ich mir den jetzt eben geholt dass ich beide im regal stehen habe ach ich muss die dinge weg machen du bist ja auch noch umgelesen habe ich ja diesmal ein glück ah die sind alle so schön oh das habe ich auch bestellt ja mein lieber schwanz endlich bestellt ich schawenzel seit Jahren um dieses buch rum und ich habe es drauf auf die wunschliste und wieder weg und wieder drauf und es ist so dick und ich habe mir gedacht oh ne dann habe ich kritiken gehört die sind super dann habe ich kritiken gehört die hassen das buch weil das weil da wohl handlungen drin vorkommen die man nicht nachvollziehen kann und 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 jetzt habe ich aber gesehen dass sky die serie also ich weiß nicht ob sie es rausgebracht hat aber die serie läuft momentan auf sky und da habe ich mir gedacht okay dann kommt es ja wohl irgendwann auch auf prime oder netflix oder im free tv ich schaue ja schon ewigkeiten kein free tv mehr aber mein gott äh ich spreche von the discovery of witches in diesem fall die seelen der nacht von deborah harkness ich habe es jetzt angefangen auf dem tolino zu lesen habe es mir von der onleihe runtergeliehen und muss sagen bisher gefällt es mir ganz gut ich bin aber auf seite 22 ich konnte nicht wieder stehen aber es ist so unglaublich dick und der tolino zeigt mir nicht wie dick es ist hierbei geht es um diana bishop und diana ist ähm eigentlich hexe sie möchte aber eigentlich mit der familie bishop und mit diesem ganzen erbe nicht recht viel zu tun haben sie hat promoviert ganz jung sie hat schule studium abgeschlossen und hat versucht so gut es geht ihre magischen fähigkeiten dabei nicht einzusetzen und eines tages sie ist historikerin glaube ich ja genau und sie bekommt manuskripte und bücher in die hände und sie merkt aber dass davon magische schwingungen ausgehen der nennen sie eigentlich nicht hinterher schnüffeln möchte weil sie weiß dass das nur ärger gibt aber sie kann natürlich nicht anders und ähm dieses manuskript dadurch dass sie es angefasst hat locken locken wohl dämonen und andere vampire und anderes geht hier zu tage und verfolgen sie und jetzt muss sie sich doch mit ihrem magischen erbe auseinandersetzen und ich bin sehr gespannt und ich finde es gut weil wir da momentan noch nur hexen haben aber wir haben anscheinend kommen dann vampire und eben dämonen und mehrere achten zu tage und das ist was was mir sehr gut gefallen könnte ich bin ja sowohl ein hexen als auch ein vampire und dämonen ich mag das ja alles und wenn das gut gemacht ist mich schreckt halt immer nur diese dicke ab aber gut dann habe ich mir bestellt weil ich dystopien so liebe und weil mich dieses hier auch angesprochen hat water rising fluch in die tiefe von london shaw hier sieht man london versunken und hier geht es wohl um ein leben nach einer katastrophe unter was anscheinen wie es ist regen schnee oder sonne auf dem gesicht zu spüren und wie sehen wechselnde jahreszeiten aus und fühlen sich die verschiedenen temperaturen an das alles ist der 16 jährigen leila völlig fremd denn seit einer verheerenden naturkatastrophe steht die welt komplett unter wasser leila kennt nur das leben im versunkenen london bis ihr vater festgenommen wird zum ersten mal verlässt sie zusammen mit dem verschlossenen arie ihre heimat um ihren vater zu befreien doch die britische regierung stellt sich ihnen in den weg mit allen mitteln will sie verhindern dass leila eine dunkle verschwörung aufdeckt aha das hat sich sehr gut angehört das hat mir sehr gut gefallen deswegen habe ich es mir mit bestellt das ist ein hardcover eigentlich aber das schaut auch noch sehr jungfräulig aus ich freue mich gerade riesig über diesen zustand der bücher weil manche ja habe ich auch nur als gut mitgenommen und die sind alle super gut da ist das lesebändchen sogar noch drin eingeknickt so wie wenn man es neu kauft weil der frühling da ist und weil der sommer kommt und sommer ist road trip zeit habe ich mir bestellt nach oben führt auch ein weg hinab von april winter auch mit hand lettering auch mit hand lettering sehr schön das ist schon sehr lange auf meiner wunschliste und wie gesagt ich bin ja im sommer sehr road trip affin du wolltest schon immer einmal wissen wie man einen ungeplanten road trip durch kanada überlebt und dabei zum instagram star wird eines haben die dinge jedenfalls gemeinsam sie sind anders als erwartet was mein im rollstuhl sitzender großvater damit zu tun hat und wie ich diesen samt rollstuhl durch die rocky mountains geschoben habe erfährst du hier genau das hat mich so beeindruckt weil es ist ja anscheinend nicht nur ein road trip auch so eine ja eine wirklich erlebte geschichte ich bin gespannt ich habe nur gutes davon gehört die kritiken hierzu sind phänomenal und wir lieben road trip bücher wunderschön wie bei lob 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 respekt also diesmal habt ihr euch übertroffen habt nur neue bücher gutmengelexemplar ja mein gott stellatack night of crones der zweite kämpf um dein herz den ersten mal habe ich letztes jahr gelesen und fand ihn sehr gut und fand ihn sehr gut weil hier auch eine katze vorkommt curse ja und die kann sprechen allerdings hört sie nicht jeder sondern eben nur die tante alice genau alice ich glaube schon es geht hier auf jeden fall um einen fluch und um ein schachspiel und jedes ja jede generation die von diesem fluch betroffen ist soweit ich das noch zusammenkriege muss dieses spiel spielen und alice geriet da mehr oder weniger zufällig sie hat mit diesen familien eigentlich überhaupt nichts zu tun weil die kinder derer werden darauf vorbereitet auf dieses spiel auf diesen fluch und sie geriet da völlig unerwartet hinein sie kann aber den kater reden hören und da curse schon sehr 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 alt ist hilft er ihr auch so ein bisschen und jetzt geht es darum schwarz oder weiß wer wird gewinnen und die idee dahinter manche sachen sind mir natürlich wieder mal weil ich meine mein gehirn ist komisch da steige ich manchmal nicht so durch aber die geschichte ist wirklich gut und stellatacks schreibstil ist phänomenal das trieft voll sarkasmus und witz und das ist genau mein ding genauso wie diese reihe hier ähm götterblut und oh Götterzorn ja da hat sich das cover ein bisschen immer ein bisschen geändert ähm ist genau mein schreibstil ich könnte da jedes mal laut auflachen was ich auch teilweise tue diese katze hier drin ist phänomenal gut und lustig und sarkastisch und das ist eben der zweite band den ich alsbald auch lesen werde weil sonst vergesse ich langsam was im ersten teil war dann habe ich mir bestellt im herzen der zorn ist der zweite teil von der furien trilogie der erste teil ist im herzen die rache in dieser trilogie geht es wohl um drei mädchen die in eine kleine stadt in maine kommen und darüber richten wer für seine taten straft werden muss was es mit diesen drei auf sich hat wer bestraft wird und warum das weiß ich nicht ich habe den ersten band auch noch nicht gelesen aber ich wollte sie da haben weil sie einfach auch sehr schön sind und ich das ist auch eine der reihen die ich jetzt unbedingt anfangen möchte und eins habe ich noch auch so schön infernale von sophie jordan das ist der zweite band auch da habe ich den ersten gelesen weil die Caro mir den ausgesucht hat für den pigman sub damals und den zweiten hatte ich nicht hier und das ist auch eine gute sehr sehr gute dystopie und ich will jetzt einfach wissen wie es weiter geht ich habe mir schon gedacht den ersten hatte ich bei wie heißt das Teil von Audible bei Audible gefunden aber den zweiten haben sie nicht und somit habe ich mir das buch jetzt kaufen müssen weil weder die Unleihe noch sonst was und das erste buch hatte ich nämlich bei uns im Bücherschrank gefunden aber so viel glück hatte ich jetzt nicht mehr dass ich den zweiten an so habe ich mir das jetzt bestellt hierbei geht es darum dass man Gentests macht und es gibt ein sogenanntes Mördergen das man eventuell in sich hat oder eben nicht und die gute Davy ist sehr begabt sie kann ganz viele Instrumente sie ist gut in der Schule sie ist beliebt sie hat einen tollen Freund und 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 sie wird getestet auf dieses gehen weil das alle machen in der Schule und sie ist positiv und somit fängt für sie ein komplett neues Leben an denn sie wird ein bisschen geächtet und verstoßen nicht nur von ihren Freunden sondern auch ein bisschen von ihrer Familie sie darf zwar die Schule weiter benutzen besuchen sie darf zwar die Schule weiter besuchen aber sie muss in eine andere Schule gehen mit Kindern oder Jugendlichen die das eben auch haben das Mördergen sie wird nicht mehr normal unterrichtet in ihrer Privatschule wo sie ist in Eliteschule sondern sie kommt in irgendeinen Keller mit irgendwelchen anderen Leuten und sie hat auch keine Lehrer an sich sondern sie darf immer nur so Aufgaben zum Beispiel machen und hier ist die Frage wie viel Leid kannst du ertragen bis du denn wirklich etwas anstellst was sie dir permanent anlasten weil sie sagen ja du bist böse irgendwann wirst du Böses tun wenn du aber so behandelt wirst obwohl du nichts gemacht hast weil alle Angst auf einmal vor dir haben dauert es ja nicht lange bis man doch irgendwas tut aus lauter Verzweiflung und wie es eben mit ihr hier weiter geht und ob sie es schaffen das Regime zu stürzen und einfach mal dass das alles ein bisschen locker gehandhabt wird das werde ich hier lesen ist nur ein Zweiteiler und das möchte ich als Beitlesen damit es fertig ist die Logie und das war es auch schon 2 4 6 8 ja 8 Bücher hatte ich mir bestellt ja ich hatte aber auch noch einen Gutschein muss man dazu sagen weil ich habe einige Bücher im letzten Jahr und einige DVDs zum Rebuy geschickt und habe dafür einen Gutschein bekommen weil ich mir das Geld nicht auszahlen lasse ich lasse immer einen Gutschein von Rebuy weil da kriege ich ja da kriegt man immer 10% noch dazu und ich bestelle ja eh wieder wie der Verrückte ich habe schon wieder einen Wunschzettel voller Bücher habt ihr in letzter Zeit bei Medienmops Rebuy Avel Thierbo wie sie alle heißen bestellt oder die Zeit habe ich mir neulich erst gedacht die Zeit die ich damit investiere Sachen zu suchen die könnte ich eigentlich lesend verbringen würde ich nochmal lesen und von meinem Suppe runterkommen es geht teilweise Stunden gehen da drauf nur oh könnt ihr da mal gucken und oh könnt ihr da mal gucken sagt mir doch mal welche Bücher ihr in letzter Zeit gekauft habt oder auch nicht gekauft habt oder keusch seid und euer Geld lieber anderweitig ausgebt ich wünsche euch noch einen schönen Tag eine schöne Woche und eine schöne Zeit und wir sehen uns wieder im nächsten Video bis dahin Tschüss macht's gut